So, ich habe jetzt auch von Vodafone einen neuen Vertrag bekommen. Achso, das hatte ich dir gerne erzählt. Ich habe einen neuen Vertrag gebraucht, aber leider lohnt sich das mit dem Handy nicht. Ich muss mir das Handy selbst besorgen. Oh Gott. Oh, in die Mitte geklärt. Oh, in die Mitte geklärt. Ja, sind wir gut. Ja. Lucky me. Sonst bin ich immer der Arme, der nicht an den Ball kommt und das Tor kassiert. 0 Punkte, 4 Punkte, 16 Punkte, 138. Gewöhn dich dran, Marc. Schön. Der eine ist außer Gefecht, der andere ist... Boah, Alter. Gewöhn dich an diese super Vorlagen. Nee, mach es lieber nicht. Ich dachte, die hätten sich gegenseitig weggebummst, aber du hast den erwischt. Krass. Vorlage und die weggetackled. Ach, komm. Nein, Marco. Nein. Nein. Ich will dich töten. Oh Mann, ey. Ja. Guck mal, wie gut ich ihn vorgelegt habe. Gewöhn dich an die Vorlage. Oh Mann. Den hole ich. Geht nicht. Ja. Ey, der ist mir einfach in den Weg gefahren, ich schwöre. Ich schwöre auf alles. Ich glaube, heute habe ich eine Reportage gesehen, ganz kurz über Leute, die... ...extra Autounfälle provozieren. Ah ja, in Russland. Nee, auch hier in Deutschland. Echt? Ja. Aber hier kriegt man doch gar nicht so viel dafür. Ich gucke, schade, die kann die Versicherung abkassieren. Wow. Ehre. Extra schön warten. Dann stehen die so am Recht vor links, fahren einfach nicht. Der andere denkt, okay, der fährt nicht. Dann fahre ich ganz langsam an einem vorbei. Und dann geben sie Gas. Wow. Oh, schade. Okay, ich bleibe ein bisschen defensiv. Ah, du kommst, ja? Gut, dann greife ich. Ja. Puhuh. Okay. Ah, ich wollte wieder Pressball, aber reicht nicht aus. War gut. War gut. Naja, das war nix. Alter, du verarschst sie die ganze Zeit. Ne. Du bist als Einziger da. Okay. Ah, ich weiß nicht, wo du bist. Ah, schön gemacht. Läuft bei ihm. Oh, jetzt. Okay, gibst du zurück. Du? Ja. Ne. Mist. Aber nochmal. Ne. Schön. Habe ich. Sorry. Alles gut. Au. Ich habe keinen E-Tor. Ich hätte gerne wieder gesagt, raus den Elf, aber ich greife an, ich gehe ins Tor. Okay. Oh, hast du gerade Zeit, Gott. Oh, nein. Der war doch früher da, als ich dachte. Der hat Nito geklaut. Ah. Ich hätte fast gemacht. Achte net aufs Nidro, Mann. Oh. Alter. Oh, Achtung. Ja, ja. Ja. Oh, shit. Na, ist okay. In der Mitte. Einmal Seitenwechsel. Ich bin am Tor, alles gut. Ich darf es aber gerne angreifen. Schön. Ah. Zack. Alter, ey. Okay, jetzt wollen sie es nochmal wissen. Oh, Marco. Du anscheinend net. Okay. Alles gut. Runnin'. Einfach weiterspielen. Easy, easy, easy. Na, das gefällt dir, ja. Erstmal so freundlich tun, aber dabei easy, easy, easy. Round two. Fight. Oh, Batman. Mach doch mal was ordentliches, wie ein paar Kilometer laufen. Oder Fahrrad fahren. Fahrrad fahren, Fahrrad sparen, sag ich mal. Ich bin in der Verteidigung. Äh. Wär ich mal nett in der Verteidigung gewesen. Oh. Oh. Nice. Boah. Scheiße, ey. Boah, komm. Holen dir, holen dir. Ah, schlecht. Komm. So war doch keine Zustelle. Äh, hab ich nicht. Du musst. Nicht, aber. Oh. Ähm, ich hab hier einen geblockt, wenigstens. Du musst, du musst. Schön. Schön, schön. Oh, shit. Ich hab'n gewürzt. Einer ist hinter dir direkt. Oh. Kid. Hier in die Verteidigung. Oh, ja. Er ist am Pfosten. Oh. Unleicht. Dabei. Da. Du oder ich? Du. Okay, jetzt. Ui. Nein. Schön. Ich probier' ihn vorzulegen. Upsala. Nein, du hast ihn gemacht. Scheiße. Weil ich den getackelt hab, bist du, äh, ja. Hat er dich getackelt und so weiter. Domino-Effekt. Nein. Ob. Oh, oh. Boah, Gott sei Dank. Nee. Oh Gott, ich bin noch weggerutscht. Nee. Er hat mich getackelt. Das gibt's doch nicht. Moment. Hier, Vorlage. Nee. Alter, wie geil. Oh. Okay. Ey, jetzt haben die ihn selbst nicht geblockt, ne? Ich weiß nicht, was der Gegner gemacht hat, aber ich fand's gut. Aber ich bin noch nicht so, was der Gegner hat. Okay, er hat die Gravitation aufgehört. Bitte. Alter, was ein geiles Spiel, ey. Ich hol ihn. Oh nein, ich hätte doch damit rechnen können. Okay, aber der war so schnell. Vorne? Ja. Oh, boah. Du? Boah, gut. Vorlage? Erst mal. Als ob. Und ich bin auch nicht da, weißt du? Ich häng am Pfosten fest. Okay. Oh, er hat ihn berührt. Achtung, nach hinten. Und nach hinten. Schön. Oh nein. Komm schon, Kass. Komm schon. Nein, es reicht nicht. Boah. Ich habe verkackt, Marco. Du musst. Wo ist er denn? Ach so, ist er. Er hat seinen Kumpel zur Seite gepumpst. Fast. Minute lang. Oh Gott, du musst. Okay, ich gehe nach hinten. Ja. Okay, alles grün. Noch. Ach. Äh, du musst was machen. Shit. Nein. 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 Nein.